Ja, ich habe keine Eier mehr. Ah, Moment, nee, nee, nee. Wir können ja jetzt die legendären Eier umtauschen, oder? Diablo wird echt zum Eiermarkt. Hier, wir nutzen jetzt die, machen hier 5 Stück. Und dann kriegen wir die gelben. Und dann gehen wir hier hin. Und hier locken wir das ein. Und jetzt haben wir 40% Chance, das ist wie Lost Ark. Ohne Scheiß, das ist wie Lost Ark.